Wünscht sich Bauer sucht Frau Starr Anna Heiser weitere Kinder? Das Bauer sucht Frau Traumpa Anna, 31, und Gerald Heiser, 36, hat im Januar mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Leon ihr Familienglück perfekt gemacht. Jetzt verrät die frischgebackene Mami, ob sie sich noch weiteren Nachwuchs wünscht. Anna Heiser, wir werden auf jeden Fall daran arbeiten. Trotz der neuen Situation als Mutter hält TV-Star Anna Heiser ihre Follower regelmäßig mit Neuigkeiten auf dem Laufenden. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät die Auswanderin jetzt, wie es mit der weiteren Familienplanung aussieht. Auf die Frage eines Fans, wie viele Kinder sie und Bauer Gerald haben wollen, antwortet der TV-Star prompt mindestens zwei. Weiter sagt die Blondine, dass sie auf jeden Fall an einem Geschwisterchen für Söhnchen Leon arbeiten. Dabei betont sie aber auch, dass es ja nicht immer leicht sei, ein Kind zu bekommen. Das hat Anna leider bereits selbst zu spüren bekommen, im vergangenen Jahr hatte sie bekannt gegeben, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Wir drücken dem Traumpaar alle Daumen, dass ihre Nachwuchspläne in Erfüllung gehen. Gerald und Anna im Babyglück auf TV-NOW schauen Sendung verpasst? Dann schauen Sie sich die komplette Bauer-Sucht-Frau-Spezialfolge Gerald und Anna im Babyglück doch einfach ganz gemütlich online an, als Stream auf TV-NOW. Und da person? Es gibt keine Boden hinter today. Musik Verpasst hat sie auf die Bewegung sch Lenzen gesllt!